es ist klar es ist doch schon spaß dass die fried tut er dafür sorgen dass wir uns in evred verwandeln johann wenn man seine arme sind ganz normal okay oder doch als gerater oder ein paar gebäude gesehen damit okay erst ein bisschen größer als ich sehr viel größer als ich halte auch falscher knopf das kann mich ja ein paar machen wenn ich rechts drücke ich habe keine spitzung angeführt ich habe das bad ich glaube springen wir gar nicht mal so dumm gegen ihn na ausgleichen glaube ich natürlich kann also diesen ich habe gesagt wir werden irgendwie so die gleiche größe so ein bisschen aber er ist sehr viel größer ausgewickelt ich war gerade waren waren die es war kämpfe bisher richtig schwierig glaubt nicht normal ich würde die sind irgendwie einfacher als die normalen kämpfe wenn man die irgendwie so nehme ich an so gescriptete angepfe und so hat man hat nichts man hat nicht so viele optionen aus der ganze zeit daneben kollege einfach luft angefangen hat auch habe ich gewartet also habe ich baller einfach auf dich oder auch nicht ja ich kann ich trotzdem treffen ja ja gott also ja aber man das kann ja schwefer lernt nein bitte nicht die höhle einreißen ja manchen dagegen schwefel ergreift kann durch titan die fertigkeit hat durch titan die fähigkeit schwefel erlernt er zwei empfehlen das lose man heftig funktion auslösen größeren stärker es hat euch noch nie exaktion auszulösen wenn die exaktion aufgeladen wird ist unverwundbar ein gegner stadt für die exaktion jedoch automatisch auf okay warum verwundbar ist es ein bisschen broken wie er sich bewegt wie eine ganze zelle eine riesige gigantische gazelle war wollte mich treten ich hab das bad ja ich habe erinnert er nicht von ja ich glaube den namen war weil wir anhält es am bodenfeste ja ich glaube sprengen bringt auf jeden fall in diesem kampf ich habe irgendwie kaum schaden oder oder hat nämlich nicht so aufgetroffen ich würde eine ferse kaputt hauen nein ich hatte es doch schon ja war eigentlich vielleicht so ein bisschen mehr abteilen diese aufgeladen angefangen am ende einer kombo ich glaube da bringt es auf jeden fall ich war gerade konnte man versuchen sehr weit gemacht das ist klar das war einfach was geht hier noch weiter was geht hier noch nein der frisst jetzt kristall und jetzt noch mal stärker aber ja ich glaube ja und er explodiert keine ahnung durch den berg durchgeboxt ich habe mir jetzt nicht das noch größer okay alter sie ist aus wie es eine wie es von pfeil 13 gegen hat man nicht kämpfen konnte oder einfach nur so im hintergrund gesessen hat in so einem berg alter verlorener titan also der sonic ja sonic i'm hanging on to the other side auch mehr screamer mit darauf zu tecken musik ob es mit der musik jetzt keine probleme gibt ich hoffe ja hoffentlich nicht mehr ich weiß gar nicht wie ich dort ausweichen soll aber nur r1 und da kommt die riesengroß das habe ich gesagt der kampf gegen leviathan im fünfzehnten teil war episch und noch das durch die gegend geflogen ist also zehn schwertern die auf leviathan drauf geschossen hat bis die explodiert sind einfach so ins gesicht geslappt hat also nur ein normaler mensch war der welche gegen geflogen ist guckst man hat hier eine hand das hat finale von attack und halten vielleicht wissen wir die kämpfe gegen andere es bald aussieht wie odinor bar mut ich weiß ob ich in den katzen irgendwie schaden nehmen oder so ja ich will dann abend verloren kann es hat nicht herkommen nicht mal einfach noch nicht jetzt schon bringen erwartet jetzt sehe ich die fingernägel hoch durch meine heil hat gar nicht so viel wenn man kann ich da meinen schwefeldingen ja einsetzen ja ja gar keine halbe anzeige was ich hab's gemacht hat ich glaube nicht naja stück ich habe eigentlich gar keine schaden an den machen kann ich aber so bleiben ich habe hart gemacht ich weiß ich weiß nicht wenn ich sicherheitsgebracht das hat mein ding kaputt gemacht was ich da auch noch irgendwo hin bewegen als an wieso musik aus dem technik spiel jen kasama noch kann ich zu dir hin jetzt naja ich muss weiter die hand bearbeiten alles klar das gericht roger hat viel zu viel zeit für so hat wir sollen wir hatten mit schimpf verfassen gerne habe ich ja noch einen von deinen schwänzen um die ohren ich weiß nicht was man dagegen machen soll 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 man das schwefel einsetzen scheinlich ne ich habe mal ein ding ein ich brauche mich mal etwas in feuer hat er irgendwie so viele probleme hat irgendwie diese plattform auf die ich stehe kaputt zu machen das war ein einziges was er eigentlich machen muss sagt sagt ich weiß nicht da ist irgendwie also weiter getroffen wir bedankt ok stimmt verstehe wenn ich die musikrichtung hier ich meine ganz cool anderer verstehe wenn ich wieder zu irgendwie passt sie zu dieser aber zu dieser dunklen fans in epos und das ja auch schon ganz schön übertrieben ist ich mich immer mit sein sein letzten angeblich und gerade kaputt jahren klappt was ich mache dafür schaden ja ich habe schon zu viel schaden gemacht glaube ich ich habe vergessen er hat nur einen armen also tut das spiel ja irgendwie so mehr oder weniger confirm dass irgendwie die stärkste es war ist was eigentlich nicht der fall ist ich wollte es noch mal dabei sein einer der ersten es war weil fans die 10 ist die zweite es war die man bekommt so ein feind sie sieben auch weil fans die acht auch aber zwar ging im feind fans die acht gab es einen boss kampf gegen ihr fritt war so weil ich in der ersten spielstunde spielt muss man so eine prüfung ablegen wo man sich in fritt ein verleiht weil da hat man schon schieber und eine andere donna es war am anfang des spiels bekommen 549 weiß ich nicht feind 49 haben die espas glaube ich auch irgendwie so eine besondere rolle dass er diesen berühmten kampf zwischen zwischen vermut und alexander alexander ist normalerweise zu den licht es war nach wahl in final fans ich nehme an der einzige grund warum die warum die warmut zur licht es war gemacht haben ist damit sie einfach warm und in den spiel reinpacken kann und weiter die beliebste es war ist ne und nicht weil das einzige element war noch übrig war wo ich mit dunkelheit augen werte vorstellen können aber odin ist auch irgendwie glaube ich meistens böse irgendwie ein gegner den man besiegen muss vorher meine fans sagt muss man auch erst gegen oding kämpfen bevor man ihn bekommen hat und dann konnte man auch nicht mal auf typischer weise irgendwie beschwören sowie andere es war der ist einfach nur so zufällig immer in den kämpfen aufgetaucht und hat jeden boss und jeden gegner bei dem er aufgetaucht ist mit einem schlag erledigt er war sozusagen der cheap modus von final fans acht wenn man glück hatte was mir dann passiert er wird er ganz blau ich glaube ich ja so mal ein bisschen feine fans zu lorne ja ich habe ja mit deinem schwanz ein übergezogen so übertrieben ich damals meine fans die zehn gespielt hätte ich hätte dann die bilder hiervon gesehen oder videos ich habe nie im neben dem gelockte das ist meine fans sie ist wo aber jetzt meine ultimate gleich ein doch was zielen hat man muss ich dann hin ach da ist ein lassen fadenkreuz damit hätte ich die kaputt machen sollen die ganze zeit einfach gehen wir machen sich erledigen aber ich muss dich sogar erledigen glaube ich was hat das ist so übertrieben wo wirst du getan ich krieg dich titan wo es da hat ja wir sind noch am leben zu meinem feind fall gerade kämpfen meister der feind wenn sie sechs um einen wasserfall darunter fallen auf sich gemacht er hat so viel ap noch solchen soviel noch abziehen jetzt mal zeit gar nicht ob ich den reichweite von dem her also langsam wird schon irgendwie so ins lächerliche gezogen das ist meine ist immer noch episch ne aber wir kämpfen gerade im freien fall gegen titan so ich das sehen ich glaube ich dass das so tief nach unten ging ich habe hier überhaupt keinen plan das genaue gerade passiert nicht ich denke wir haben das gott auf war ja oh gott was hinter uns in der jahre ich weiß nicht was ich machen soll ich weiß gar nicht wie ich auf einige dieser angeführte reagieren soll man hier machen muss ich tue immer noch rechtzeitig ausweichen wenn wir zum angriff ausholt naja naja ich hätte nach links gehen sollen nämlich an genau ich bin mal gebrochen ja dann sagen wir meine dinge ja warum aus wenn er zu weitergeht ist ja noch eine phase danach kommt nein ich weiß nicht genau was ich ja machen was wenn mir ziemlich sicher dieser berg war nicht so tief aber okay auch ja ich kann da nicht ausweichen ist so schnell erst so schnell in die wasser jetzt wäre herum genau jetzt gericht ich will gar nicht wissen wie die letzten kämpfe aussehen soll ich durch nach rechts hat auf jeden fall gemacht wird jetzt würden wir im weltraum mehr kämpfen meine fans im space confirmed wo ausgewichten und den ja ich will es schnuppern sie erinnern mich an blumen werde ich jetzt auch riesig da ist noch eine phase so übertrieben episch hier gerade ich habe ich gesehen ha 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 weiter war das krass gar nicht mal die tanzangriff hierhin gesagt was war ein zufall der kristall der einzige was hier noch übrig ist ich benutze dafür mein großes schwert wir haben schon der kristall als einziges überlebt hier wer wollte ich den ganzen berg um uns herum kaputt gekloppt damit wir an den kristall reinkommen bist du das Ultima, was willst du? Der Keim des Willens hat deine Seele befleckt, doch dein Durst nach Nacht bleibt ungebrochen. Mit jedem Schluck, den du kostest, wächst seine Kraft und bald erreichst du Vollkommenheit. Ich weiß nicht, wovon du redest. Du wirst uns aufnehmen, Mythos. Es ist so bestimmt. Deine Existenz dient diesem Zweck und du wirst ihn erfüllen. Niemals! Mein Schwert ist nicht groß genug. Nein. Er ist klar. Lass dich nicht einheben. Bewusstsein und Wille. Er scheint so substanzlos zu sein, dass er in Isolation vergeht. Doch indem du ihn mit dem Bewusstsein verflechtest, wird diese Schwäche negiert. Wir glaubten bisher nur, dein Wille stimmte zwischen uns und unserem Leib. Doch wie es scheint, müssen wir erst jeden Faden des Bewusstseins, der ihn stützt, durchtrennen. Dann ist die Zeit der neuen Schöpfung noch nicht gekommen. Wir werden beraten. Danke, Joshua. Die Fluten des Äthers sind wie die reißenden Wellen der Ozeane. Niemand gewinnt ihre Macht dadurch, dass er darin ertrinkt. Ich dachte, Hugo wäre klüger als die anderen, doch auch sein Kopf scheint aus Stein gewesen zu sein. Titan war stark. Eure Majestät. Aber Mythos war stärker. Fünf Jahre wurde er von seinem Durst nach Rache getrieben. Klammerte sich an seinen Wahn, während er auf den Abgrund zulief. Du bist Odin, oder? Nehme ich jetzt an. Man kann sein Wesen nicht durch bloße Willenskraft ändern. Das ist das Privileg des Schöpfers. Er ist auch der König von diesem anderen Land, ne? Hugo Kupka, der Mann, der sein Leben gab für den Kopf einer Frau. Ein Narr wie der ganze Rest. Oh, der Tod eines Mutterkristalls. So gespenstisch wie schön. Stein zu Sand. Also ich nehme jetzt mal an, er ist Olin, ne? Oder halt König ist oder so. Ja. Ich habe Salbentränke. Alles preiswert. Nerv mich nicht, du Göre. Willst du eine verpasst kriegen? Ihr müsst auf eure Gesundheit achten, mein Prinz. Wollt ihr den Dalmekern unsere Kraft vor Augen führen? Überlasst das euren Dragoons. Ich bitte euch, Bahamut nur als letztes Mittel zu erwecken. Der Preis seiner Macht ist zu hoch. Der Kaiser hat die Absicht, die Dalmeker zu hintergehen und das trotz unseres Waffenstillstandes. Noch schöpfen sie keinen Verdacht. Und solange ihre Blicke auf Mia ruhen, ist ein Krieg noch vermeidbar. Aber nicht nur das. Bahamut ist die Lichtgestalt von Sandbrek. Wenn das Volk in die Lüfte blickt, gibt sein Anblick ihm Hoffnung. Okay. Mal so random rummachen. Du, nur mein Kaiser. Ich werde immer euer treuer Diener sein. Sollten die Intrigen des Rats die Rats die Rats sein, und die Republik dazu bringen, den Pakt mit uns zu brechen und anzugreifen. Würden auch unsere Soldaten vorrücken, ihnen von Norden entgegeneilen. Doch sie wären nicht rechtzeitig dort, um einen Durchbruch im Süden und einen Sturm auf die Chasia zu verhindern. Aus unserer Hauptstadt würde ein Schlachtfeld werden. Tausende Unschuldige würden sterben. Das darf ich niemals zulassen. Immerhin gibt es einen Lichtblick. Ihr werdet nicht gegen Titan kämpfen müssen. Wenn ich nur alle Kämpfe vermeiden könnte. Verzeiht die Störung, Hoheit. Was gibt es? Oh nein. Sie wurde zum Kaiser erwählt. Was hat das zu bedeuten? Oh nein. ... meines Vaters Befehle. Wie lauten sie? Sag schon! Ist er tot? Ja wohl, eure Hoheit. Seine Herrlichkeit befiehlt, dass eure Hoheit hier die Stellung hält. Und... ... und... ... und... Terence. Ja, mein Prinz. Ich muss zum Palast. Ich hole euer Ross. Was denn nun? Verzeiht mein Eindrängen, eure Hoheit. Ich kenne euch. Halt! Vor uns steht niemand Geringeres als der Phönix. Du würdest dir nur die Finger verbrennen. Ich hoffe, ich störe nicht. Nicht doch. Ich gestehe aber, solch bedeutenden Besuch habe ich nicht erwartet. Wie viele Jahre sind seit der Gedenkfeier vergangen? 20? Ich dachte, ihr werdet tot. Oder seid ihr ein Geist? Da liegt ihr vielleicht nicht ganz falsch. Aber... Ich lebe. Prinz Dion von Hauss-Lessage. Es gibt viel zu erzählen. Der Plottspitzt sich zu. So. Ich werde wahrscheinlich wieder in zwei Parts einteilen. Ne. Machen wir das. Etwas kürzere Parts wahrscheinlich. Hmm. So. Der kleine Junge ist jetzt hier auf dem Thron. Hab bestimmt überhaupt nichts, die Mutter mitzutun. Ich nehme an, der Vater ist schon tot. Ich wette, dass der Vater schon tot ist. Ich habe die Tarn verprügelt. Aus der Versenkung. Zuerst sollte ich mit Otto. Ich brauche mir mal mit Otto. Wer ist überhaupt Otto? Ich meine, ich weiß, wer Otto ist. Der Typ, der sie auch sieht, wie der Gigachat. Aber... Wir müssen bei dem, wie er es als erstes hat sie. Meistens sagt er uns immer, ja, ja, ich weiß nicht, was ich da tun soll. Geh immer zu der anderen Person. Er ist tot. Er ist tot. So was man tot. Boah, glaub gar nicht, wie tot der ist. Was war auch so ein Brief hier an? Das ist schon lange da. Okay. Ist irgendwas Neues mittlerweile? Irgendwann nicht. Okay. Ich habe mittlerweile schon ein paar mehr Sachen gefunden. Das Problem ist, ich weiß es nicht. Der Kampf gegen Titan war schon so, weil ich dazu schneiden will. Also warte, ich mache mal kurz einen Schnitt, ne, dann will ich so irgendwie den Überblick haben, ne, also, ich bleibe mal lieber hier stehen. Und dann sehe ich, habe ich so einen kleinen Überblick, ne, also entschuldige ich mich mal im Moment. Okay, ja, doch ist lang genug. Habe ich zwei 45-minütige Parts. Ein bisschen kürzer, aber irgendwie so als einziges hier so passen, ne, weil wir haben irgendwie erst 45 Minuten in diesem Dungeon. Die letzten 45 Minuten sind der Kampf gegen Titan, von daher, ja, weil ich, wenn ich jetzt auf eine Stunde hier runter, dann werde ich irgendwie so komisch geschnitten. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, das war es für diese Folge, ne, und in der nächsten Folge geht es dann hier weiter mit, was auch immer wir als nächstes machen, ne, wir machen ein bisschen die Story weiter, da wollte ich gar nicht machen, da wollte ich machen. Ja, ich nehme mal, wenn ich hier hingehe, dann geht die Story weiter, ne, Kopfgeldjahrten gibt es wahrscheinlich wieder neue, die mir da ausschaut, und ja, wo wir beim nächsten Mal weiter, ne, gut, ich habe auch genug aufgenommen, da sind jetzt vier Parts, die ich heute aufgenommen habe, mehr als sonst, und ja, gut, dann sage ich, Dankeschön fürs Zuschauen, ey, ich hoffe, euch hat es so voll gefallen, wenn ihr ein Video, lasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, das hört mich davon, dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.